Hallo Freunde des Stroms, herzlich willkommen wieder in meiner Werkstatt. Mich hat der Andreas von Ademax gebeten, ich soll euch doch einmal bitte sein neues Baby sozusagen vorstellen. Seine All-in-On Powerbank, Powerstation hat er zusammen mit der Firma Runhood entwickelt und hat hier einige Features einfließen lassen, auch von seinen Kunden. Und das Produkt darf ich euch heute einmal vorstellen. Also schauen wir uns jetzt einmal die neue Runhood Powerstation mal im Detail an. Ich habe jetzt hier einmal zwei Gerätschaften da. Das ist einmal die Hauptbaugruppe, sagen wir jetzt einmal, das ist die F2400 und noch einen Erweiterungsakku, mit dem wir hier quasi die Powerstation erweitern können. Es können bis zu sieben Zusatzakkus angeschlossen werden am System, dass wir auf eine gesamte Speicherkapazität von 19,2 Kilowattstunden kommen. Das heißt, jede Erweiterung hat 2400 Wattstunden. Das gleiche hat auch die Powerstation an sich, also auch nochmal 2400 Wattstunden Speicherkapazität mit einem Liffepo 4 Akku. Ich habe mir das schnell mal rausgesucht. Das ist das Akkosystem LFP 64151 mit 50 Amperestunden sind hier verbaut. Gut, LFP, also LFP Batterien sind ja gang und gäbe mittlerweile. Es gibt ja eigentlich nichts anderes mehr. So, dann schauen wir uns einmal die Powerstation mal außen, innen komplett, schauen wir es uns einfach mal an. So, jetzt einmal von der linken Seite, die Powerstation hat natürlich die üblich verdächtigen Anschlüsse. Hier auf der Seite haben wir die ganzen USB-Anschlüsse mit verschiedenen Leistungen, also USB-C mit 100 Watt. Der normale USB-Anschluss, 28 Watt, 12 Watt kann man hier einschalten. Hier haben wir unser Display, wo uns eigentlich alle Informationen über das Gerät angezeigt werden. Hier haben wir den Ein- und Ausschalter und hier nochmal den Connected-Knopf fürs Wi-Fi, wenn wir den brauchen. Das Gerät unterstützt auch Bluetooth, das heißt ich kann auch im sogenannten Offline-Modus arbeiten, wenn ich hier unterwegs bin zum Beispiel. Der Popo von der Powerstation wird geschmückt durch ein paar Anschlüsse. Das heißt, wir haben hier zweimal die Möglichkeit, externe Batterie anzuschließen, über Port 1, Port 2, werden hier aufgeklappt. Und hier kann man dann die Verbindungsleitungen anschließen. So, hier unten haben wir noch ein Feld, das heißt, schnell ein bisschen aufpassen. So, hier haben wir RJ45-COM-Anschlüsse, das ist zum Beispiel, wenn man hier mit einer normalen Photovoltaikanlage kommunizieren möchte. Das mache ich aber hübsch am Schluss vom Video, dann zeige ich euch das oder erkläre ich das einmal. Hier haben wir den Schalter, wo wir in den sogenannten Powerstation-Modus schalten können oder in den Grid-Modus schalten können, wenn man das Gerät als sogenanntes Balkonkraftwerk mit Speicher nutzt. Hier haben wir noch einen Erdungsanschluss und hier sind die DIP-Schalter für die Adressierung, wenn man mit mehreren Speichern arbeitet. So, dann schauen wir mal unsere Powerstation ins Gesicht. Also, wir haben hier den Anschluss für die Photovoltaik. Das heißt, wir können hier über unser Adapterkabel, das kennst du aber auch schon von anderen Herstellern, mit unserem Stecker hier, können wir eine Photovoltaikanlage mit anschließen. In dem Sinne, also wir können 1200 Watt maximal Photovoltaikleistung reinladen. Das heißt, das System unterstützt 12 bis 60 Volt DC, maximale Spannung 150 Volt DC, 25 Ampere, maximal 1200 Watt. Das können wir hier jetzt ins System reinladen. Das schließe ich schnell einmal an und dann lassen wir das Gerät gleich einmal ein bisschen laufen. So, als nächstes haben wir hier vier Steckdosen verbaut mit 230 Volt, maximal 16 Ampere, steht eh drauf. Ist hier hinter der Klappe verschlossen, kann man den Wechselrichter ein- und kann man den Wechselrichter auch wieder ausschalten. Ganz normal, wie man es halt bei den gängigen Powerstationen halt auch kennt. Jetzt kommt dann eine kleine Besonderheit. Hier haben wir den Anschluss für den Netzstecker. Ganz normaler Schuko-Stecker mit hier einem besonderen Stecker. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel, klack, so. Und jetzt kann ich die Powerstation auch über die Netzseite, quasi wenn ich jetzt hier einstecke, kann ich die auch laden. Hier daneben haben wir noch einen Anschluss, das ist der Backup-Anschluss. Dazu wird ein Stecker mitgeliefert, dass man hier sozusagen in sein bestehendes System reingeht. Da kann man es zum Beispiel machen, wenn man irgendwo feste Gerätschaften hat, einen Notstromumschalter hat, dass man hier sozusagen im Blackout-Fall Stromversorgung für die Gerätschaft sicherstellt. Was mir jetzt hier zum Beispiel auch schon wieder gefällt, ist folgendes, schaut her, die Stecker sind kodiert. So, ich kriege also quasi diesen Schuko-Stecker nicht auf den Backup drauf, dass hier auch kein Gefahrenpotenzial besteht. Das gleiche machen wir jetzt mal umgekehrt. Also der ist umgekehrt auch kodiert, sondern nur dieser mitgelieferte Stecker passt hier auch in den Backup-Anschluss. So, damit hier wirklich nichts passieren kann. So, jetzt kann man wieder einstecken, kann ja nichts passieren. So, hier haben wir noch einen Zigarettenanzünderanschluss, DC 12 Volt, 10 Ampere maximal, wenn man zum Beispiel eine Kühldrohe hat oder so, für den Mobileinsatz. Dann haben wir natürlich noch was ganz was Tolles. Ich muss es schnell nochmal ausstecken. So, passt auf. Wir haben hier unser Trolley-Gestell dabei. Das heißt, ich kann die Powerstation auch ganz normal als Trolley hinterherziehen und kann hier natürlich den Tragekomfort etwas anheben. Hier oben haben wir die Lüftungsschlitze, vorn und hinten. Da gibt es jetzt auch eine technische Besonderheit. Was heißt Besonderheit? Da merkt man halt wieder, dass der Andreas von Ademax hier natürlich bei der Entwicklung mit dabei war. Es ist nämlich so, wenn man die jetzt in der Trolley-Funktion hat und die Lüfter laufen hier noch ein bisschen nach, wenn man gerade richtig schön Energie rausgezogen hat, haben wir hier die Sicherheit, dass kein Dreck angesaugt wird, weil es wird von vorne her angesaugt und nach unten, nach hinten wird sozusagen ausgeblasen, dass hier, wenn man am Strand ist oder so, dass man natürlich hier keinen Sand ins Gerät rein saugt. So, wir haben hier vorne noch eine Lampe, hätte ich beinahe vergessen, ein sogenanntes Notlicht. Falls man in der Dunkelheit das Gerät mal bedienen muss, ist jetzt auch eine super Sache. Also, passt auf, im normalen Powerstationbetrieb ist es jetzt so, wir laden über die Netzleitung, wir können über den PV-Eingang laden, wir haben Zigarettenanzünder, wir haben vier Steckdosen, wir haben die USB-Anschlüsse, alles wunderbar. Das Ding kann man mitnehmen, kann jetzt eigentlich nichts, was andere Powerstationen jetzt nicht können. Jetzt kommen die Besonderheiten, jetzt schauen wir uns das an, was das Gerät im sogenannten Balkonkraftwerkbetrieb kann. Das heißt, ich brauche kein Gerät dazu, das heißt, hier ist alles drin verbaut. Wir haben einen bidirektionalen Wechselrichter verbaut. Über den Grid, also über die Netzleitung, können wir jetzt natürlich auch, wie ein ganz normales Balkonkraftwerk, im Normalbetrieb 800 Watt maximal, in unser Netz einspeisen. Dazu müssen wir hinten einen Schalter umlegen, wo wir quasi sagen, so, jetzt gehst du von dem Powerstationmodus raus und gehst jetzt im Endeffekt her und machst jetzt einen Aufbau-Balkonkraftwerk. Ich lege jetzt den Schalter schnell um. Wir hängen am Netz, wir sind jetzt in der Standardeinstellung und jetzt fängt dann die Powerstation an mit der Einspeisung ins Netz. Ich habe jetzt hier mal eingestellt, dass er ganz normal einspeisen soll, das heißt bis maximal 800 Watt, wo wir ja dürfen. Und er macht jetzt so, er schiebt jetzt quasi die überschüssige Energie, die von den Photovoltaikmodulen reinkommt, wenn der Akku vollgeladen ist, schiebt er uns quasi hier ins Netz rein. Das sehen wir jetzt hier, die 119 Watt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Funktionsmöglichkeit, aber man sagt, pass auf, als allererstes machst du mir den Akku voll. Wenn der Akku voll ist für den Tag, dann schiebst du mir die überschüssige Energie zum Beispiel zu mir in die Anlage rein, ins Netz rein. Und dazu haben wir jetzt die Möglichkeit, über die sogenannten Zwischensteckdosen hier mit der Powerstation das Ganze zu verbinden. Und das heißt, mit diesen Zwischensteckern hier, die 16 Ampere abkönnen, das heißt, wir können hier 3500 Watt drüber schalten und auch betreiben. Und über diese Steckdosen können wir hier zum Beispiel auch sagen, pass auf, bis zu die 800 Watt, jetzt mal in der Grundeinstellung, können wir hier gewisse Lasten dazuschalten. Dazu habe ich mir jetzt von meinem Malwurf, von meinem Ignaz, habe ich mir die Leselampe ausgeliehen. Und wenn ich jetzt die Leselampe dazuschalte, so, Vorführeffekt, so, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Energie in mein System ins Haus einzuspeisen. Das sieht man jetzt hier am Display ganz gut. Dass ihr jetzt hier bis zur maximalen Grenze von 799 Watt in mein System einspeist und dadurch hier versucht, die Energieaufnahme von der Leselampe, von meinem Malwurf, die fast 1 kW hat, zu kompensieren. Dazu gibt es jetzt noch ein cooles Gimmick. Das ist aber auch im Verantwortungsbereich von meinem Elektriker. Das heißt, wir können jetzt dieses Balkonkraftwerk, in dem Sinne, wo ja maximal jetzt 800 Watt schafft, können wir aufmörteln, ohne irgendwelche Veränderungen. Das geht nur über die App. Und über die App kann ich hier zum Beispiel den bidirektionalen Wechselrichter freischalten bis 2400 Watt, wo die Anlage ins Netz einspeisen kann. Und das heißt dann, damit habe ich natürlich eine ordentliche Packung, wo ich hier reinbuttern kann. Das aber nur unter vorheriger Prüfung von einer Elektrofachkraft, von einem Elektriker. Und der muss sich sozusagen bei, weiß ich jetzt nicht genau, bei Ademax oder bei Runhood registrieren. Muss quasi, glaube ich, seinen Gewerbeschein dann reinschicken, dass die wissen, dann kriegst du einen sogenannten Inbetriebnahmekode. Und mit diesem Inbetriebnahmekode kannst du in der App, kannst du dann im Endeffekt die Anlage freischalten. Das zeige ich euch aber dann alles noch schnell, wenn wir uns die App anschauen. So, das ist jetzt einmal auch ein Riesenvorteil an der ganzen Geschichte, denn ich brauche nichts dazu. Ich brauche kein Gerät dazu, gar nichts. So, ich habe ja schon gesagt, diesen Backup-Kanal noch, wo ich halt direkt auch gleich einspeisen kann. Ich habe die vier Steckdosen. Die kann ich auch alles gleichzeitig nutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn der Speicher jetzt bei mir im Technikraum drin steht und ich habe da einen Gefrierschrank oder meinen großen Kühlschrank noch stehen, kann ich hier natürlich auch direkt anschließen und kann die Geräte auch permanent über die Powerstation direkt versorgen. Genau. Also wir haben den Mobileinsatz schon mal weg. Wir haben jetzt den Einsatz als Balkonkraftwerk schon einmal weg. Jetzt haben wir noch ein paar Besonderheiten. Wenn ihr eine bestehende Photovoltaikanlage habt, und das haben ja wahrscheinlich viele von euch, wo man sagt, okay, ich habe eine bestehende Anlage ohne Speicher oder sowas, kann ich dieses System auch als Speicher nutzen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über diesen Stromanschluss, über den bidirektionalen Wechselrichter, kann ich mit dem System sagen, okay, zeitgesteuert, du ziehst mir um die und die Uhrzeit, ziehst du mir Energie raus. Das heißt, du lädst dich auf. Und ich kann ihm natürlich sagen, zu einer gewissen Zeit, so und jetzt pufferst du mir schön langsam die Energie wieder in mein System mit rein. Beziehungsweise, wie ich schon gesagt habe, wir können auch über die Smart-Steckdosen arbeiten und können hier gewisse Verbraucher natürlich auch in das System mit einbinden und sagen, okay, jetzt machen wir es ein bisschen intelligenter. Das ist jetzt mal Variante 1. Das heißt, wir können das System als Zusatzspeicher nutzen für eine bestehende Photovoltaikanlage. Wir können es aber auch so machen. Es gibt ein Verbindungskäbelchen, ein ganz ein kleines Kabel. Ich habe es mir sogar zusammenbinden müssen, weil mit dem Ding, er kannst du einen erschlagen. Das schaut jetzt so aus. Wir haben jetzt über diesen Anschluss hinten, über den Zusatzbatterieanschluss, die Möglichkeit, hier mit diesen Anschlüssen auf ein bestehendes System rauf zu gehen. Das heißt, hier muss ich schon nachschauen von der Spannung. Ich sage es euch gleich, wir können hier zum Beispiel, wie bei WICTRAN oder bei anderen Systemen, wo wir sozusagen, wir können hier mit dem System unseren Speicher, also unser System erweitern, wir können eine Speichererweiterung machen, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, dann übernimmt der Wechselrichter von der Anlage. Wir haben hinten die Anschlüsse, die Netzwerkanschlüsse. Kommt Port 1, kann man dann eine Kommunikation aufbauen, zum Beispiel mit SMA, mit Fronius, mit den ganzen namenhaften Herstellern, wenn die hier in diesem Spannungsbereich dann arbeiten, wo man sagt, ich kann hier dieses Gerät nutzen und kann hier eine DC-Verbindung aufbauen, also eine Gleichspannungsverbindung aufbauen. Jetzt muss ich schnell meine Infos holen, sage ich, Papi hat schon wieder so viel im Kopf, lauter technische Daten. Das heißt, wir haben einen Spannungsbereich von 40,5 Volt bis 54 Volt auf der DC-Seite. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Victron-Wechselrichter an die Wand knall und hier mit der Anlage arbeite, könnte ich hier zum Beispiel beim 48-Volt-System, könnte ich hier wunderbar mit dem Gerät arbeiten. Jetzt kommt natürlich noch die Frage der Erweiterbarkeit. Das heißt, wie schon gesagt, das Gerät kann 2400 Wattstunden speichern. Wechselrichter kann 2400 Watt hier über die Leitung verarbeiten. Spitze, glaube ich, bis zu 8, muss ich schon nicht spicken, bis zu 8 kW. Nein, Entschuldigung. Wir haben 230 Volt 50 Hertz, also 2400 Watt max. Spitzenlast, 4800 Watt. Ich will euch jetzt auch kein Schmarrn erzählen. So, das können wir jetzt über die Leitung verarbeiten und wir können das System jetzt natürlich auch speichertechnisch erweitern und können den Zusatzakku zum Beispiel auf die Powerstation drauf machen oder wir können ihn daneben hinstellen. Es empfiehlt sich zum Beispiel, wenn man halt sagt, okay, ich möchte die Powerstation auch mobil nutzen. Ihr nehmt jetzt das Gerät als Stromspeicher her für euer Haus, als Powerstation in dem Sinne, beziehungsweise als Balkonkraftwerk und wollte natürlich auch ein bisschen mobil sein. Das heißt, dann stelle ich mir den Speicher daneben hin und kann jederzeit abstecken und kann sozusagen über die Verbindungsleitung, die sie dann trennen, kann das Gerät mitnehmen. Wir machen einen schönen Tag an der Donau, am Strand oder sonst irgendwas, im Camper mitnehmen, kann hier spazieren fahren und wenn ich es wieder zu Hause habe, stecke ich es einfach hinten mit dieser etwas üppigeren Verbindungsleitung stecke ich es natürlich hier wieder an mein System an. Die Stecker rasten ein, hier oben kann man die dann auch zum Entriegeln betätigen. Steckt hier ein, klack, einmal. Die Leitung ist wirklich sehr üppig, so steckt hier oben ein, zack, und schon haben wir jetzt die Verbindung geschaffen zu unserem Zusatzakku und so läuft das Ganze dann durch. Wir gehen jetzt hier quasi mit dieser Leitung zum nächsten. Und man soll bitte definitiv zusammenstöpseln, müssen die Geräte ausgeschalten sein. Zur Sicherheit, dass hier nichts passiert, dass hier quasi keine Beschädigungen am Gerät passieren. So, schauen wir uns mal schnell die Vorderseite von dem Zusatzakku an. Hier haben wir jetzt fünf LED-Leuchten und diesen Ein- und Ausschalter. Da ist es jetzt so, hier kann man zum Beispiel den Ladezustand von dem Zusatzakku anschauen. Das geht in 20% Schritten, das heißt 20, 40, 60, 80, 100%. Und hier zeigt jetzt an, dass wir ungefähr 80%, also nicht ganz, also etwas über 80% haben, durch das Blinken. Und am Display sehen wir zum Beispiel auch, dass hier jetzt ein Zusatzakku angeschlossen ist. Das zeigt uns das System jetzt hier unten an. Normalerweise, wenn wir keine Zusatzakku haben, steht hier eins und in der Verbindungsleitung steht jetzt auch eins. So, und jetzt sehen wir hier zwei und hier auch zwei. Und er zeigt uns das hier auch nochmal an, Speicher zwei Stück. Sozusagen haben wir jetzt die Kapazität von dem Gerät nochmal um 2400 Wattstunden erweitert. Und wie schon gesagt, das kann man jetzt bis zu siebenmal machen. Also wir können sieben von diesen Zusatzakkus mit ins System integrieren, bis wir eine Gesamtleistung von 19,2 Kilowattstunden Akkukapazität haben. So, meine Freundin, das Strom sind jetzt seit ich sage, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen die App an. Ganz knackig. Also ich habe es am Handy schon installiert. Das ist eigentlich recht einfach. Man muss sich ja bei Runhut anmelden, E-Mail-Adresse hinterlegen und schon kann man die App starten. Geräte habe ich auch schon eingefügt. Hat eigentlich wirklich problemlos funktioniert. Ich habe da hinten zum Beispiel so einen Access Point in der Garage, so ein Gast-Access Point, weil ich ja immer wieder mit verschiedenen Geräten arbeite. Funktioniert aber auch wirklich wunderbar. So, dann sehen wir hier in der Übersicht unter Geräte, sehen wir jetzt zum Beispiel hier die F2400. Und unten drunter sehen wir intelligente Steckdosen, weil ich habe jetzt hier zwei von diesen Steckdosen installiert. Eine ist hier drüben, da hängt der Heißlüfter dran und eine ist hinten an der Wand angesteckt, da wo Ignaz seine Leselampe dran ist. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir alles anschauen können. Wir sind jetzt hier auf der F2400 in der Basisübersicht. Da sieht man jetzt zum Beispiel Akkukapazität 100%. Wir sind jetzt noch im Power Station Modus. Das heißt, jetzt zeigt es natürlich nichts an, weil ich habe jetzt den PV-Eingang zum Beispiel weggemacht. Noch ein kleines Ding, was ich vergessen habe. Man kann natürlich auch unterwegs über Zigarettenanzünder kann man natürlich auch laden. Ist auch das Kabel im Zubehör mit dabei. So, wir sehen jetzt hier zum Beispiel unter ID.1 sehen wir, dass wir einen Zusatzakku mit angeschlossen haben. Und dort sieht man dann auch, bis zu sieben Stück können wir ja dran schließen. Wir können jetzt zum Beispiel den AC-Ausgang schalten. Das heißt, die vier Steckdosen hier vorne können jetzt geschalten werden. DC-Ausgänge können wir schalten. Sitze hier zum Beispiel. Kann ich auch wieder wegschalten. Also das kann ich alles bequem per App steuern. Zum Beispiel, wenn man das Gerät bei sich im Camper, im Wohnwagen, im Zelt drin stehen hat, wenn man irgendwo auf einem Festival ist. Das ist natürlich auch so eine Sache. Und kann das Ganze im Offline-Modus, also wir brauchen dann kein WLAN, es funktioniert dann über Bluetooth, können wir hier auch ganz normal Licht schalten und so eine Sachen können wir halt alles machen. Genau. Er zeigt uns überall die Leistungen und Rest-Entladedauer ein Tag zum Beispiel, weil ich jetzt den Wechselrichter eingeschalten habe. Der verbraucht natürlich auch ein bisschen was an Eigenleistung, ist jetzt aber nicht schlimm. Dann gehen wir mal weiter. Hier sind wir jetzt in den ganzen Konfigurationen drin. AC-Ausgangsspannung 230 Volt, Frequenz 50 Hertz, Ladeleistung, Einstellung. Wir können jetzt hier im Powerstation-Betrieb bis zu 3 kW können wir jetzt hier aus unserer Netzleitung ziehen und können hier jetzt im Endeffekt unseren Speicher zum Beispiel voll machen. Ich lasse jetzt das einfach mal auf Bestätigen. Dann habe ich Standby-Dauer, 5 Minuten, Bildschirm-Timeout, also ich kann jetzt das Display auch ausschalten lassen. Automatisch habe ich jetzt auf 10 Minuten eingestellt. Angaben zu Systemalarmen kann man jetzt zum Beispiel mal nachschauen, ist irgendwo irgendwas passiert? im Gerät. Statistik der Stromverbrauchs können wir uns anschauen. Firmware-Update können wir jetzt auch machen. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Brauche ich gerade jetzt auf Upgrade drücken und schon macht er das automatisch. Das lassen wir jetzt aber, weil das dauert ein bisschen. So. Wir sind jetzt immer noch im normalen Powerstation, Powerbank-Betrieb und jetzt gehen wir her und machen wir jetzt mal unseren Netzbetrieb. Das heißt, ich muss hier hinten den Schalter umlegen, wo ich euch vorhin gezeigt habe. schaltet es auf ein und sofort kommt in meiner App kommt jetzt die Frage Einstellung der Ausgangsleistung 800 Watt und die kann ich jetzt hochdrehen bis auf 2400 Watt unter der Voraussetzung, wir drehen sie jetzt einmal schnell auf Full Power hoch, jetzt kommt sofort eine Wahrmeldung. Wichtige Sicherheitsinformationen zur Leistungsfreischaltung und das ist jetzt das, wir können jetzt dieses Gerät nicht nur als Balkonkraftwerk nutzen mit 800 Watt, sondern wir können das Gerät eigentlich auch als PV-Anlage nutzen. Dann müssen wir sich halt natürlich im Marktstammregister anmelden und ihr braucht einen Elektriker, der wo den Anschluss überprüft, dass die Leitung hier natürlich, dass das natürlich auch alles passt. Da kann man dann zum Beispiel auch einen Direktanschluss machen. Der Stecker wird ja lose mitgeliefert, glaube ich jetzt, nagelt es mich jetzt bitte nicht fest. Das heißt, dass man hier einen ordentlichen Anschluss macht mit Trennverrichtung, mit dem Ganzen, was man halt braucht, aber dafür kann man halt 2,4 kW Leistung nutzen. So, wir schalten jetzt frei. Dieser Code, dieser Code, den ich jetzt eingebe, ist für uns, das ist quasi ein sogenannter Testcode für uns Influencer, hat ja zum Beispiel der geschätzte Kollege Stefan von Outdoor-Chiemgau, der hat ja auch ein super Video gemacht, verlinke ich euch unten und da er hat natürlich auch hier die ganzen Basics getestet, hat er einen richtigen tollen Test gemacht, genau. Und wir haben jetzt den Code, ich sage es ganz ehrlich, 1, 2, 3, 4. So, ist sehr schwer zu merken, aber wirklich ist halt einfach, wirklich nur ein Probiercode, dass ich es euch zeigen kann. So, jetzt gehen wir auf mehr als wie 800 Watt freischalten und somit habe ich 2400 Watt jetzt in der Anlage freigeschalten und jetzt haben wir natürlich das System so konfiguriert, dass wir sagen, okay, ich möchte jetzt nur einspeisen, wenn Last abgezogen wird. Das machen wir jetzt hier drüben, das heißt, ich gehe jetzt auf meine intelligenten Steckdosen, ich schalte jetzt einmal an Ignaz seine Leselampe ein, zack, dann können wir da mal drauf schauen, dann schauen wir uns einmal die Strombelastung, dauert jetzt ein bisschen, so, liegt bei 932 Watt, 4,166 Ampere, so, und jetzt müsste unser System dann anfangen und das hier nachspeisen. So, jetzt passt es auf, ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt meinen Heizlüfter eingeschalten, der Heizlüfter zieht aktuell 1779 Watt, wir ziehen jetzt 3277 Watt vom Netz, aus dem Grund, weil ich jetzt hier nochmal dazu, also er lädt jetzt quasi aus dem Netz raus, weil ich im Batteriesparmodus bin. Ich sage einmal, es ist, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen in die Software, bis man das Ganze versteht, aber es funktioniert also wirklich tadellos. Jetzt passt es auf, ich gehe jetzt einmal auf den Eigenverbrauchsmodus, schalte den ein, somit fägt er jetzt unsere Steckdosen ab, jetzt gehe ich mal darüber, so, jetzt passt es auf, er fägt jetzt die Smartplugs ab und schiebt jetzt sozusagen die Energie, die unser Heizlüfter braucht, schiebt er jetzt ins Netz zurück. Jetzt hat er umgeschalten und puffert jetzt sozusagen die Leistung vom Heizlüfter, puffert er jetzt quasi in unserer Anlage rein, das sind 1752 Watt, die holen wir jetzt quasi aus unserem Akkupaket raus. Das heißt, wir haben eine sogenannte theoretische Nulleinspeisung. Das können wir jetzt zum Beispiel über diese Plugs realisieren. Genau. Was da noch kommt, weiß ich nicht. Gut, ich habe jetzt die Anlage auch auf 2400 Watt hochgeschraubt. Jetzt gehen wir einfach her und schrauben sie mal runter. Das können wir ja. Komm her. Abbrechen. Abbrechen. Da bist du wieder zu zärtlich. Jetzt machen wir mal die legalen, also die normalen 800 Watt wie ein normales Balkonkraftwerk zum Beispiel. So. Jetzt läuft es so ab. Er speist jetzt hier 799 oder 800 Watt speist jetzt eher ins Netz ein. Wir ziehen aktuell 1758 Watt. Ich schalte jetzt den nochmal schnell eine Idee runter auf Stufe 1, weil ich muss schon schwitzen. So. Also wir ziehen jetzt aktuell an der Steckdose 907 Watt und brauchen jetzt sozusagen vom Stromnetz noch 108 Watt, weil die 800 Watt übernimmt jetzt die Anlage. So ist, finde ich, ein recht gelungenes System. Also lieber Andreas von Ademax, Respekt, gute Arbeit, schöne Grüße gehen jetzt nochmal raus auf alle Fälle und danke, dass du mir das Gerät zur Verfügung gestellt hast, dass ich mir es einmal anschauen kann und natürlich habe ich das recht gern gemacht, dass wir hier das Gerät vorgestellt haben und das muss uns einmal angeschaut haben. Genau. Preislich ist jetzt natürlich auch so eine Sache, ist auch sehr interessant. Ich weiß aber jetzt aktuell den Tagespreis nicht, weil es war so eine kleine Vorverkaufsaktion, wo im August gelaufen ist. Also die Geräte sind erhältlich, könnt ihr sie jederzeit kaufen bei der Firma Ademax. Link unten zur Internetpräsenz, zur Website, zum Shop, habe ich euch in die Videobeschreibung reingemacht. Hier können wir mal schnell auf die Seite schauen, wie jetzt der aktuelle Preis ist für unsere Powerstation, die F2400 oder jetzt zum Beispiel für den Zusatzakku. Wenn ihr da was haben wollt, könnt ihr das natürlich recht gerne machen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Rabattcode von mir noch aktuell ist. Ich kann euch gerne dazu tun. Da glaube ich, ich habe 5% vereinbart. Da haben wir da Andreas und ich 5% gemacht für alle meine Zuschauer, dass die Community auch was hat. Gebe ich euch natürlich gern weiter. Sollte mein Rabattcode nicht funktionieren, schaut bitte zum Kollegen Stefan von Outdoor Kimga. Hier auch. Superschöne Grüße gehen raus an Stefan. Der hat auch einen Rabattcode. Dann schaut einfach bei dem im Video in der Videobeschreibung rein. Könnt es dort auch gerne bestellen. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe das Video sowieso in der Bio unten mit drin. Wenn es ist, da helfen wir natürlich sehr gern zusammen. Roundabout. Eigentlich tolles System. All in on. Hat sich der Name definitiv verdient. Vor allem jetzt auch mit der Anbindung an bestehende PV-Anlagen. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir ganz gut. Ich werde jetzt das Gerät wieder einpacken und werde es Andreas wieder zurückschicken, damit er weiterhin spielen kann. Wie schon gesagt, das ist im Endeffekt für uns Influencer so ein Testgerät sozusagen. Und deshalb schicken wir das jetzt einfach wieder zurück. Und aus dem mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wo ich die ganzen Sachen hinstellen sollen, die ich hier in meiner Werkstatt habe. So, jetzt trinken wir noch einen Kaffee. Ich wünsche euch was, meine lieben Freunde des Stroms. Auf alle Fälle trinke ich jetzt auf euer Wohl, eure Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt, dass ihr da wart. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus. Pfiat euch. fied ich increizei. Bis zum nächsten Mal. Siong auf.